Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Fantastika, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und was ich euch heute mitgebracht habe, ist kein Roman und auch keine Kurzgeschichtensammlung, sondern eine Erzählung und zwar von Seva Gansowski, die Erzählung Vincent van Gogh aus dem Jahre 1972. Sorry. Im Jahre 1994 haben die Franzosen die Zeitreisen entdeckt und nach ihnen auch viele andere Länder. Und natürlich war das ein willkommenes Mittel für die Politik, doch sich zu sagen so, Mensch, was hier so daneben gegangen ist, das können wir doch jetzt alles so schön gerade rücken. Und da haben wir natürlich die Situation, dass ein Diplomat bei einer großen Konferenz sich daneben benommen hat. Und um das zu verhindern, ist jemand in die Vergangenheit gereist und hat dafür gesorgt, dass eben gerade dieser Diplomat nicht zu dieser Konferenz eingeladen wird, sondern halt ein anderer für ihn dorthin fährt, sodass es nicht zu diesem Eklat kommt und am Ende alles wunderbar normal und wunderbar schön abläuft. Eine andere Sache ist der Krieg zwischen Brasilien und Argentinien, der aus Versehen ausgebrochen ist, nachdem ein Korporal an der Grenze zu Argentinien, ein brasilianischer Korporal, seinen Geburtstag hat gefeiert und daraufhin so Salutschüsse mit seinen Kameraden in die Luft abgegeben hat. Und das haben die Leute in Argentinien, die dort an der Grenze patrouilliert haben, ein wenig falsch verstanden und da haben einfach zurückgeschossen. Woraus sich dann nach mehreren Stufen dann ein quasi Weltkrieg entbrannte. Und um diesen zu verhindern, wurde jemand in die Vergangenheit geschickt, der einfach die Mutter davon abbringt, den Vater dieses Korporals kennenzulernen. Der Korporal wurde nie geboren, die Schüsse an der Grenze zum Geburtstag natürlich nie abgefeuert, dementsprechend kam es auch nicht zum Krieg und lauter andere so Sachen. Und relativ schnell hat man gemerkt so, na, so richtig gut funktioniert das alles nicht, weil er weiß, ob nicht irgendjemand dann auf die Idee kommt, einfach mal mich als regierenden Politiker in der Vergangenheit für die Zukunft aus dem Weg zu schaffen. Und dementsprechend hat dann die Politik sich aus diesem Zeitreisegeschäft mehr oder weniger zurückgezogen. Infolgedessen sind in dieser gegründeten Behörde zum Zeitreisen hauptsächlich so Historiker unterwegs gewesen und auch Filmemacher, die einfach recherchieren wollten direkt vor Ort, wie war das denn nun, als Spartakus unterwegs war und wie war das jetzt nun bei den Punischen Kriegen, wie war das jetzt nun damals exakt, um halt historische Aufzeichnungen nochmal korrekt nachzuempfinden und nochmal zu korrigieren. Und auch das war ein bisschen problematisch, denn nicht jeder, der dort in die Vergangenheit gereist ist, war auch jemand, der durchaus in der Lage war, mit der Situation umzugehen. Folglich kam es dann zu solchen Situationen, dass so ein Schlauberger einfach mal zu Kolumbus gegangen ist und gesagt hat, also wenn du dort in die Richtung reist, ja, dann kommst du überhaupt gar nicht an in Indien, sondern es ist einfach, nee, der erste Weg nach Indien geht nicht dahin. Dachte sich Kolumbus, ach echt? Na gut, dann bleibe ich zu Hause. Und dementsprechend wurde Amerika dann weitaus später erst entdeckt. Eine andere Sache ist die tragische Geschichte von Claudio Madaruzzi, der eigentlich ein großer Künstler war, aber dann kam so ein anderer Schlauberger auf die, die ihm zu erzählen, so, tja, ähm, also egal was du tust, du wirst als armer Schlucker sterben. Von daher hat Madaruzzi alles, was er alles sich vorgenommen hatte, komplett über den Haufen geworfen und ist quasi in Graben versunken. Und das ist auch der Grund, weshalb niemand von uns überhaupt über Madaruzzi Bescheid weiß. Weil schlichtweg einfach in der Geschichte taucht er nicht mehr auf. Einfach aufgrund dieses Zeitreisenden. Nun ist es so, ähm, diese Zeitreisen, auch wenn in der Vergangenheit Dinge verändert wurden, sind jetzt nicht so eine Sache, ohne dass man noch was korrigieren könnte, sondern man kann halt, wenn man Unsinn angestellt hat, zurück in die Zeitreisen, also derjenige, welcher den Unsinn angestellt hat, muss in die Vergangenheit zurückreisen und darf halt eben gerade nichts tun. Also er wird in die nahezu exakt gleiche Zeit, gleicher Ort zurückgeschickt und darf halt einfach nur nichts tun und dann ist die Zeit weitestgehend wie hergestellt. Da man jetzt jemanden nicht exakt zum hundertprozentig exakten Punkt zurückschicken kann, gibt es hier und da so kleine Unterschiede, aber im weitesten Sinne, ähm, geht das Ganze durchaus wieder in Ordnung. Das hat bei Kolumbus beispielsweise gut geklappt. Da wurde gerade so verhindert, dass er wirklich niemals Amerika entdeckt. Bei Madaruzzi jedoch hat dieser Spaßvogel dummerweise drei Tage nach seiner Rückkehr aus der Vergangenheit einen Unfall gehabt. Er ist mit seinem Flugzeug so irgendwie quer über Ägypten geflogen, so zum Spaß, und ist dann dummerweise in eine Pyramide reingekracht. Noch drei Tage danach mussten so die Brandspuren abgekratzt werden von den Pyramiden und er ist natürlich komplett draufgegangen. Das heißt, wir werden niemals erfahren, was es mit Madaruzzi auf sich gehabt hätte. Auf jeden Fall haben die Veränderungen in der Vergangenheit waren halt so zahlreich, dass die Zugangsbestimmungen, die rechtlichen Bestimmungen für eine Zeitreise so extrem stark angezogen wurden, dass man jetzt unüberwindliche Hürden überspringen müsste, damit man überhaupt nochmal in die Vergangenheit reisen kann. Es wurde auch international mit Verträgen festgelegt, somit sind Zeitreisen quasi ausgeschlossen, weil diese Hürden schafft keiner so großartig zu überspringen. Auf jeden Fall, die Geschichte erzählt nur von jemandem, der jetzt namentlich nicht genannt wird, der erzählt die Geschichte aus Ich-Perspektive, wie er in Frankreich einem Typen begegnet namens Cabus. Und dieser Typ, der arbeitet bei so einer Zeitreisebehörde und er meinte so, ja, so auf dem Papier sind Zeitreisen nahezu unmöglich geworden, aber naja, die Mitarbeiter in den ganzen Zeitreisebehörden, die haben die Papiere ja nicht unterschrieben, das wären die ganzen Diplomaten und die ganzen Politiker. Dementsprechend kann man, wenn man genug Eonese hat, das ist so eine elektronische Währungseinheit, die in der Zukunft existiert, wenn man genug von dem Geld hat und das halt, also dieses Geld-Äquivalent, in diese Maschine reinsteckt, bevor man in die Zeit zurückreist und man wieder zurückkommt, dann fällt niemandem auf, dass man mit der Maschine einfach mal durch die Zeit gereist ist. Und wenn es niemandem auffällt, beschwert sich auch keiner. Also das übliche Ding so, wo kein Kläger oder kein Richter. Und dann überlegen die beiden so hin und her so, hm, eigentlich müsste man das doch wunderbar ausnutzen können. Eigentlich, also wenn wir richtig reich werden wollen, gibt es doch einen Haufen Kram, den wir einfach aus der Vergangenheit holen können. Und auf die Art könnte man auch die Zeitreisen wiederum finanzieren. Denn wenn man jetzt irgendwas Wertvolles aus der Vergangenheit holt, in die Gegenwart, das hier verkauft, dafür Eoene bekommt, dann höchstwahrscheinlich auch vorausgesetzt, man bringt das Richtige mit, dann kann man damit wunderbar die Zeitreisenmaschinen füttern und dann fällt es niemand auf. Man hat immer noch eine Menge Reichtum für sich selbst übrig. Und dann kommen die beiden überein, Mensch, am besten wäre es doch, Bilder zu klauen. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern irgendjemandem, dessen Bilder richtig scheiß viel Geld bringen. Und die beiden kommen dann auf die Idee, warum nehmen wir nicht einfach Vincent van Gogh? Und überlegen dann so, hm, ja, wäre eine gute Idee. Und der Typ geht halt in ein Antiquariat, oder besser gesagt in einen Kunsthandel, und fragt danach so, ja, ich habe hier auf einem Dachboden einen originalen Van Gogh gefunden. Und dann beschreibt er so ganz vage, was da drauf sein könnte. Und da es zufällig irgendein Bild von Van Gogh gibt, das so ähnlich aussieht, dann denkt da so, der Typ hinter dem Tresen so, oh, das könnte aus der und der Periode sein, ähm, da, äh, das wäre so und so viel, äh, tausend Eohene wert. Und da dachte sie sich so, na, okay, ja, ich bringe das dann demnächst mal vorbei. Und da trifft er sich wieder mit seinen Kumpel Kabüs und bereiten alles vor, um in die Vergangenheit zu reisen und für, ja, ein paar Frauen, äh, die Bilder ab, einfach abzukaufen. Und, äh, das Ding ist, vielleicht muss man so ein bisschen zu Van Gogh noch was erzählen, Van Gogh war ja zu Lebzeiten ziemlich erfolglos. Er hat ein Bild, äh, zu Lebzeiten verkauft, und ansonsten gar nichts. Und wurde größtenteils von seinem Bruder ausgehalten und, äh, ja, mehr oder weniger unterstützt. Und nach Ende seines Lebens gingen die ganzen Bilder an, ähm, die Frau seines Bruders, die er liebevoll Schwester genannt hat, und die hat auch alle Briefe von ihm gesammelt und nach seinem Tod dann rausgebracht. Und diese Bücher mit dem Briefwechseln haben den Ruf von, ähm, und den Ruhm von Van Gogh überhaupt erstmal begründet. Vorher war er wirklich total unbekannt, niemand wusste was über ihn, aber die Briefe haben gezeigt so, dass Van Gogh halt jemand wirklich ernsthaft Interessantes ist und dass er einen gewissen andersartigen Blick hat, auch auf, äh, die Welt und auf die Kunst. Und das sorgte dann natürlich dafür, dass viele Leute anfingen, sich mehr für ihn zu interessieren, auch für seine Bilder, die dann natürlich Weltruhm erlangt haben. Auf jeden Fall reist der Typ dann in die Vergangenheit, alles überhaupt kein Problem, und zwar nicht in das Zeitgeschehen, äh, zu Lebzeiten von Van Gogh, sondern kurz nach seinem Tod und geht halt zu dieser Frau hin. Und er möchte ihr ein paar Bilder abkaufen, hat auch richtig ordentlich viel Frauen mit, also altes Geld, äh, sich irgendwoher beschafft, dass er dann da entsprechend ausgeben kann. Die Frau meint aber nur so, ja, was ist aber gar nicht zu verkaufen. Ich möchte, dass alle Bilder von Van Gogh zusammen einer Sammlung bleiben, und ich gedenke auch, seine Briefe in Büchern herauszubringen, dass die Welt erfährt, was für ein großartiger und wunderbarer Mensch er war. Das interessiert diesen Typen eigentlich nicht so sonderlich viel. Dann denkt sie so, na, eigentlich will ich ja nur die Bilder haben, so, und, äh, versucht dann irgendwie da noch, irgendwie Druck zu machen, ordentlich viel zu bieten, aber sie verkauft einfach nicht. Zum Glück ist er vorbereitet und er hat so eine Art Sprühflasche mit einem Spezialgemisch mitgenommen, äh, was, äh, alle Leute in seiner Umgebung ruckzuck in Schlaf versetzt. Alles, was man dafür tun muss, ist kurz, äh, den Atem anzuhalten, während alle anderen halt weiteratmen und dann so, äh, dadurch halt so dieses, äh, dieses Schlafgemisch dann einatmen und, äh, ja, halt einschlafen. Das versprüht dann heimlich, so in diesem Moment. Alle schlafen um ihn herum ein und er schnappt sich lauter Bilder, greift auch, äh, so einen riesengroßen Packen der Briefe, die halt so gestapelt da rumliegen, in die Tasche und heizt damit wieder zurück. Also er muss sich an einem bestimmten Ort aufhalten und an diesem bestimmten Ort kann dann, äh, Cabus in der Zukunft ihn wieder mit der Zeitmaschine zurückbefördern. Ja, und das klappt alles wunderbar, kommt auch zurück, toll, und, äh, Cabus, äh, fragt dann sowas, ist alles glatt gelaufen und der Typ meint dann so, ja, ich hab die Van Goghs mit bei. Wieso Van Gogh? Wir haben uns darauf geeinigt, dass, äh, dass sie Parisot mitbringen. Der zum Geier ist Parisot. Dann denkt er sich erstmal nichts dabei und geht dann in diesen Kunstladen, dann will er dann halt die Van Goghs verkaufen und sagt dann, ja, ich hab den, äh, originalen Van Gogh jetzt, äh, hier mit bei. Der Typ mit Dämpftresen so, hier, Van Gogh, wer ist denn Van Gogh? Boah, keine Ahnung. Ja, ja, da gibt's irgendwo in dem, in dem Buch gibt's so, so einen kleinen Abschnitt, dass so ein unbedeutender Maler namens Van Gogh existiert hat. Aber ansonsten, äh, wer zum Geier ist Van Gogh? Und überhaupt, waren sie nicht letzte Woche bei uns und, äh, wollten uns ein Parisot überbringen? Und dann merkt der Typ so, scheiße, jetzt hab ich doch Tatsache, also nicht nur die Bilder mitgenommen, sondern auch die Briefe und, äh, die Briefe sollten ja veröffentlicht werden und erst durch die Veröffentlichung dieser Briefe wurde Van Gogh erst berühmt. Nur hat er die Briefe aber längst mitgenommen und, äh, dadurch konnten die nicht veröffentlicht werden und Van Gogh wurde nicht berühmt. Dementsprechend sind die Bilder, die originalen Van Goghs, die er jetzt in der Hand hat, nischt wert. Und er merkt dann so, verdammt, ähm, was mach ich jetzt? Offensichtlich hab ich die Bedeutung von Van Gogh aus der Geschichte ausgelöscht. Mist. Ja, so richtig viel ist über Seva Felixowitsch-Garnsowski überhaupt gar nicht zu finden und einige Quellen widersprechen sich auch da ein bisschen. Auf jeden Fall wurde er 1918 geboren und in einigen Quellen wurde er in Kiew geboren, in anderen Quellen wie der Wikipedia zum Beispiel wurde er in Warschau geboren. Fest steht, dass sein, äh, Vater schon 1920 gestorben ist, also da, als er noch zwei Jahre alt war und in den 30er Jahren seine Mutter aufgrund der stalinistischen Repressionen, also wahrscheinlich so, Verfolgung und, äh, Gulag, gestorben ist. Und er hat danach als, ähm, als Matrose und Elektriker gearbeitet und Abendschule, ähm, besucht, bis dann, äh, der Krieg ausbrach, der Zweite Weltkrieg, und er sich freiwillig, äh, gemeldet hat, um an der Front zu kämpfen. Danach hat er dann in Leningrad studiert, ähm, was er da studiert hat, äh, konnte ich nicht so wirklich rausfinden. Wahrscheinlich irgendwas technisch-mathematisches, weil halt, äh, alle Russen studieren Mathematik, äh, oder Schachspiel. Ne, aber ernsthaft, ähm, so, ähm, was jetzt konkret er studiert hat, lässt sich da ja nicht so wirklich ohne weiteres rausfinden. Aber er hat zur Studienzeit schon erste Sachen veröffentlicht. Hauptsächlich scheinen es Kurzgeschichten und Erzählungen zu sein, und, äh, die kam auch eher, äh, hauptsächlich, also zumindest als deutsche Übersetzung kam die dann hauptsächlich eher so in der DDR raus, wobei ja das eine oder andere auch mal in Westblock veröffentlicht wurde, aber in der Hauptsache wirklich in der DDR. Ja, er war nicht nur als Science-Fiction-Autor bekannt, sondern er hat auch Illustrationen gemacht, unter anderem auch, äh, zum Roman Die Schnecke am Hang von den beiden Stugatzky-Brüdern und, ähm, auch einige seiner Geschichten wurden verfilmt. Unter anderem auch, äh, Vincent van Gogh wurde, äh, von der DEFA unter dem Titel Besuch bei, äh, van Gogh verfilmt, und zwar im Jahre 1985 und der Regie von Horst Seemann. Ähm, es wurden auch andere, ähm, Bücher und Geschichten verfilmt, unter anderem der Zeichentrickfilm Polygon von 77 basiert, äh, auf was von ihm und der Kinofilm Der Tag des Zorns von 1985. Ja, und das war's im weitesten Sinne auch schon, was über ihn großartig herauszufinden ist. Ansonsten ist nur noch herauszufinden, dass er, ähm, äh, im September 1990 in Moskau verstorben ist. FAD Lied. Vincent van Gogh von, äh, Sjewa Gansowski ist in jeglicher Hinsicht im wahrsten Sinne des Wortes ein fantastisches Buch. Ähm, nicht nur, dass es Zeitreisen auf eine Art und Weise behandelt, wie man's nicht so unbedingt gewöhnt ist, so der ganze technische Aspekt wird weitestgehend ausgeklammert, sondern hauptsächlich wirklich so der gesellschaftliche Aspekt und auch der humane, der menschliche, psychologische Aspekt wird in den Vordergrund gestellt, so dieses Ding so, was würde ich tun, wenn ich wirklich Zeitreisen könnte? Und was wäre, wenn ich jetzt wirklich diese Macht hätte, einfach mal in der Vergangenheit irgendwelche Dinge zu tun, die in der Gegenwart so ohne weiteres nicht möglich wären? Und, äh, dadurch kriegen die Zeitreisen, äh, die der Protagonist in Richtung Van Gogh macht, im Laufe des Buches, ja, immer wieder so die, äh, diese, wie soll ich's ausdrücken, Geist aus der Flasche, äh, grundlegende Thematik, also so quasi so, dieses, man bekommt, was man sich wünscht, obwohl es nicht das ist, was man sich wünscht. Und das ist wirklich großartig, weil diesen Kniff habe ich, äh, in Richtung Zeitreisengeschichte noch nie wirklich ernsthaft gelesen. Und das Großartigste daran ist auch, äh, dass man, äh, im Laufe des Buches immer mehr über Van Gogh erfährt. Nun habe ich mich jetzt im Vorfeld nicht wirklich ernsthaft intensiv mit, äh, Van Gogh auseinandergesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass, ähm, der Autor schon sehr viel auch gelesen hat zum Thema und, äh, dadurch auch im Stande ist, sich in die Gedankenwelt von Van Gogh so reinzuführen, dass er ihn wirklich auch, ähm, wunderbar präsentieren kann. Und man bekommt wirklich ein lebendiges Bild von Van Gogh präsentiert. Also, wie er denkt, wie er handelt und das ist wirklich, es macht Spaß. Und gleichzeitig beschreibt der Autor auch, äh, ohne zu viel Brimborium, sondern wirklich kurz, knapp, präzise und trotzdem, äh, organisch die Welt, in der er das Ganze spielt. Beispielsweise das erste Mal, wo er wirklich in, in das, ähm, Paris zurückreist, wo die, wo er versucht, diese Bilder von der, ähm, Frau des Bruders zu besorgen, da beschreibt der Autor halt so, dass das erste, was einem auffällt, die unglaubliche Stille ist. Und dass man unglaublich viel hören kann und auch viele Dinge, die so, ähm, um welche Ecken, äh, passieren, man schon hören kann, was absolut unvorstellbar ist, im, äh, im Jahr 1996, wo die Story eigentlich spielt. Und das macht die Sache wirklich ernsthaft angenehm. Ähm, also es ist wirklich so eine Geschichte, die, ähm, herrlich, äh, kreativ ist, herrlich, äh, also wirklich richtig schön geschrieben. Sie ist auch nicht zu lang und auch nicht zu kurz. Das heißt, man hat richtig schön so Abendsbettlektüre, wenn man möchte, und, ähm, kann sich da noch unterhaltsam ein wenig über das Leben von Van Gogh informieren. Und auch, äh, das ist natürlich auf die Art und Weise so, hm, was würde ich tun, wenn ich die Möglichkeit hätte, Van Gogh einfach mal seine Bilder abzuluchsen. Und da kommen noch ein paar andere tolle Kniffe und auch das Ende ist wirklich großartig. Aber das müsst ihr dann schon selber lesen, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte ausgeht. Vincent van Gogh von Seva Gansowski in der Reihe Spektrum, äh, die Ausgabe 40 in der Reihe Spektrum, im Verlag Volk und Welt Berlin, äh, 1972 erschienen und später nochmal in der Erzählungsanthologie Die Stimme aus der Antiwelt, in der verschiedene Erzählungen von Gansowski zusammengefasst sind, bekommt von mir jetzt, nachdem ich das Buch gestern Abend erst zu Ende gelesen habe, eine eindeutige Leseempfehlung. Und ich würde es jedem von euch empfehlen, euch das Buch zu besorgen. Und es ist vor allen Dingen auch eines, das man auch weiter verschenken kann an Leute, die jetzt denken, Science Fiction interessiert mich nicht, weil es halt auch ein Buch ist, das jetzt nicht klassische Science Fiction ist, sondern es ist auch in gewisser Weise ein historischer Roman oder eine historische Erzählung. Das war's mit Fantastica für die heutige Episode. Weitere Informationen wie die ISBN und Bezugsmöglichkeiten für die Bücher findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de Dort könnt ihr auch kommentieren, das haben schon einige gemacht. Danke auf jeden Fall für die Kommentare. Dort könnt ihr auch finden, wie ihr die Sendung unterstützen könnt, über Flatter, über meine Wunschliste, über Empfehlungen, was für Bücher ich noch unbedingt lesen muss. Auch mal Grütze, also, dass ich auch mal wirklich etwas, eine Nicht-Empfehlung aussprechen kann, die fehlt mir im weitesten Sinne noch, dass hier nicht nur Lobhudelei ist, weil es gab ja auch Schrott im Ostblock. Was bleibt noch? Achso, ich muss zur letzten Ausgabe noch ein bisschen was ergänzen. Letztes Mal habe ich ja die Sternteigebücher von Stanislaw Lem besprochen und habe vergessen zu erwähnen, das ist unglaublich wichtig, dass es verschiedene Ausgaben von dem Buch gibt. Es gab die allererste Ausgabe, da gab es verschiedene Reisen noch nicht drin. Dafür gab es die 26. Reise und die ist in späteren Ausgaben nicht mehr vorhanden. Laut dem Vorwort in den späteren Ausgaben, weil sich herausgestellt hat, dass dies doch keine echte Reise von Ich und Tichy war und diese ist dadurch in den späteren Ausgaben entfernt worden. Das heißt also, ihr könnt durchaus zwei verschiedene Ausgaben euch besorgen, um alle Reisen zusammen zu bekommen. Die allererste, die erkennt nicht daran, dass eine 26. Reise existiert und ich glaube, die 10. Reise ist die erste, die in dem Buch vorkommt. Und dann noch eine zweite, spätere Ausgabe, in der nicht nur mehr Reisen drin sind, sondern die 26. halt fehlt. Dafür aber Erinnerungen aus dem Leben Ich und Tichys noch auftauchen und die von mir in der letzten Ausgabe angesprochene Waschmaschinentragödie findet ihr auch dort. Das heißt also, eigentlich wollt ihr beide Ausgaben haben und ja, müsst ihr ein bisschen rumgucken, die findet ihr garantiert auch noch. Irgendwie habe ich in der Wikipedia gelesen, dass es ein Playboy mal auch eine letzte finale Sterntagebücherreise gab, aber die habe ich noch nicht in die Hand bekommen. Mal schauen, ob ich da noch irgendwie was finde, dass ich euch dann noch empfehlen kann und die Showdowns packen kann, damit ihr dann auch wisst, wie das Ganze wirklich 100% ausgeht. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Über Twitter könnt ihr mich erreichen, twitter.com slash mespotine. Ihr könnt mich auch erreichen über Facebook, facebook.com slash mespotine. Ich habe jetzt einfach alle Podcasts auf ein Facebook, ja, auf eine Facebook-Seite konzentriert, damit das alles ein bisschen zusammen ist und nicht alles so total verstreut. Ja, und mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Das war es von mir mit der heutigen Episode von Fantastica. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mespotin an der Sprechgarnitur. In der nächsten Episode von Fantastica retten wir 600 Raumschiffen und den 30.000 dort befindlichen Insassen das Leben. Zumindest versuchen wir das. Sprechgarnitur. Sprechgarnitur. Floss Gel. Christoph Der Er 28 ult